Hallöchen, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier auf der Schwertküste. Ich will immer Schwertinsel sagen, das ist natürlich die Schwertküste. Und vor uns gibt es die ersten Gargoyles, die wir auch gleich ausrotten werden. So, was mit dir? Die gute Chani darf uns natürlich helfen. Zack. Oh, aber das ist lecker. Nix lecker. Hallo, hallo. So, zack, zack, zack. Au. Na, würdest du bitte aufhören zu blicken? Au, du Saukerd. Wow, Chani hat uns geheilt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, genau. So, und die Axt nehmen wir mit. Und da oben haben wir schon das nächste. Oder den nächsten. Die nächsten. So. Da, 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 da. Zack, zack, zack. Na, komm weg. Alter. Lästiger, lästiger bist du nicht. Echt. Komm da her, du Gratler. Ich will auch gerne essen. Oh, weg ist er. Sehr gut. Jawohl. Sein Geist ist frei. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir speichern wieder mal kurz. Äh, barabaram. Ein neuer Spielstand hier. Und jup. Und dann gehen wir den nächsten Kerl an. Zusammen. Ja. Zusammen. Du sagst es. Alter, du bist Kerl. Au, wegrollen. Jawohl. Schein bitte den mal. Wir treten ihn auch. Und vielleicht mit Mistole. Jawohl. Das hat gut gepasst. Das hat sehr gut gepasst. So, gibt es hier noch mehr von diesen Gratlern? Nein, aber ein paar Eier. Drei Stück. Sehr gut. Gibt es hier noch irgendwas Verstecktes für uns? Das schaut nicht aus. No. No, no, no. Nein, nein, nein. Ansonsten, hier noch irgendwas. Einmal kurz die Ehrenrunde machen. Aber ich glaube, da haben wir letztes Mal, als wir hier waren, schon alles mitgenommen. Das war ja hier, glaube ich. Und da. So. Wieder Petroviant. Du, Chani. Irgendwelche Vorschläge? Irgendwelche Vorschläge? Nein. Vielleicht später. Ja, ja. War so klar. Dann würde ich sagen, nachdem wir... Warte mal. Wo haben wir welche gesehen? Hier, ne? Wie bohrte ich mich da jetzt am besten hin? Hier. Piratenturm. Hier runterlaufen. Daher. Da waren ja auch... Da oder hier. Irgendwo da, ne? Waren ja welche. Da kann ich mich gleich hierhin bohrten. Dann renne ich nochmal den Weg rauf. Ist gleich besser. So. 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 Ich glaube, das war hier. Ja. So. Halt. Ich geh mal die Gargoyles ausrotten. Wieso legt denn das jetzt hier so? Hallo? Hör auf damit. Funktioniere. Hör auf doch. Tachs. Übers. Und das hier. Überset. Über den Fluss. Hör auf. 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 Na glaube ich, war das hier lang. Alter, wieso legt das denn jetzt grad so? Das Zoll. Hey, ich bin komplett falsch. Mist. Halt. Wie jetzt? wo jetzt nein ich will die karte haben misst ich bin komplett falsch falsch gelaufen sorry meine schuld da muss ich hin ich habe hier gerade von schönes zu lecken tut lädt er im hintergrund also das spiel meine ich das spiel da irgendwas die karte die insel die welt das mal erledigt so dann essen wir mal was gutes und da haben wir einen also ich dachte wenn ich das war natürlich jetzt überhaupt nicht schlau von mir weil ich diese deppen jetzt nämlich suchen muss mit ein bisserl pech bin ich sowieso falsch weil ich mich falsch erinnert habe eventuell ja ich glaube da habe ich mich wirklich falsch erinnert mist dafür haben wir hier ein feuer vor das ist ja auch schon was wo waren die deppen dann oh und ein jaguar ja ja der auch gleich herkommt ne ja ja da haben wir einen vogel kaputt passt jetzt kommt der jaguar dran hat jetzt charlie umgebracht ist auch noch ja ja alles gut obwohl sie lebt noch na servus kaiser so jaguar fell und geflügel haben wir bekommen sehr gut geht's dir gut charlie mei ja alles gut puh ich habe jetzt glaube ich ein kleines orientierungsproblem da ich nämlich super doll vergessen habe wo ich diese viecher getroffen habe ja ist ja wieder typisch zocki ne also meine wenigkeit so ich versuche mal hier dieses wow nach möglichkeit dieses schwammel da noch zu kriegen ohne mich dabei umzubringen super das habe ich schon mal hinbekommen das ist ja schon mal was hm hey alter na ich hüpfe ha und jetzt diese sache mit den gargoyles ne wow ups wo habe ich sie gesehen ha zumindest haben wir da einen feuervogel hier waren wir schon mal okay den katsch mal gleich weg großartig ja ja hast geschafft ja mit deinem wertvollen fleisch das ist ja doof wo bin ich denn da da unten lol scheibendreck ich dachte die wären hier oben gewesen da irgendwo wahrscheinlich vollverkehrt gelaufen aber ist egal ist ja egal vielleicht erwischt man auch das eine oder andere getier das wir ausrufen können ein termitenkrieger au ich hau mal ein bisschen ab chani du darfst auch mal und treten ja sehr gut soll wir die provian zu uns nehmen warum sie noch mehr termiten das ist ja halt das sind ja halt alles erfahrungsmögliche für uns das ist ja auch nicht schlecht zack 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 und baum zack zack reden mal na wenn es geht jawohl du bist wie viel dreckig ah fett ja so wieder was aufklauben was aufheben so wieder viel provian ich werde bald alles verknuspert haben wenn ich es so weitermache ok da wären wir fertig können wir da lang da unten gibt es noch ein paar Äffchen soweit ich gesehen habe ja ja das sind sie ja schon au so der erste ist mal weg bist du schein der zweite ist normal gleich weg jawohl der dritte wird auch schon mal trätiert von uns baum war es sehr gut der ist auch weg ja genau du sagst es Johnny so ich bin so doof ich hätte die echt gleich ausrotten sollen naja was solls ja aha warte die Kiste könnten wir eventuell aufkriegen wenn ich kurz den Ring wechseln tu äh Diebeskunst der hier war es und dann machen wir den mal auf so und so und ja der war einfach auch noch was will man mehr Fackel Grog und 10 Goldmünzen nehmen wir alles mit und natürlich rüsten wir unseren Ring sofortigst wieder um für Ruhm und Ehre Moment Stopp äh falsche Taste Entschuldigung wie viel Ruhm und Ehre haben wir schon wieder 11.000 boah Puh Das werde ich in die Klingen investieren und in die Feuerwaffe ist mir wurscht wir brauchen Damage meine Lieben so mal einfach so geskillt so dann sind wir mal da eine Wühlgeranke jetzt muss ich kurz nachschauen aha da bin ich vorbei gehatscht ich müsste ein Stück zurücklaufen die Richtung eher darauf bin ich da richtig ja ein Stück darauf laufen ähm ich möchte gerne da oben hin hier hin da ob hier die Gargoyles waren boah das ist echt doof ich muss jetzt ein bisschen suchen es tut mir sehr leid aber wir müssen sie ausrotten das ist ja unser Auftrag und wir werden bestimmt noch das ein oder andere Getier dafür auch anfinden das heißt für Ruhm und Ehre ist gesorgt gesorgt ist gesorgt so mal kurz stopp wo muss ich leiden äh hier leiden da waren wir doch schon oder naja dann wahrscheinlich ach so irgendwie den Wasser verrund oder so äh hoppala ja ja äh ey wie sie schleicht hat er du musst nicht schleichen mein Freund wenn ich da jetzt runter falle brech ich mich brech ich mich wahrscheinlich weshalb boah ja ja da geht es steil runter sehr sehr steil ich hoffe ich kriege das irgendwie jetzt hin dass ich da runter kann ohne mir das gelegt zu brechen ich sollte eventuell vielleicht auch speichern das könnte mir jetzt hier sehr dienlich sein so also speichern ob wir hier richtig sind halt halt ich will da rüber jetzt hänge ich wieder fest das ist eh klar ich glaube das war nicht so schlau was ich hier gemacht habe oi oi ja das schaut nicht so doll aus da habe ich eher scheiße gebaut oder auch nicht wo ich hier lang laufe ne hallo ich hänge überall fest ne ich will aber nicht festhängen ja hüpf doch drüber so sehen wir es jetzt bald mal ja ja so geht es auch ich lade schon ich lade schon es tut mir leid ich mache schon der Kerl ist echt nicht dafür gebaut dass man hier so Kletter Geschichten macht na hopp lade schneller vielleicht sollte ich mich dann doch schon wegborden ein bisschen Proviant noch essen vielleicht das ist halt auch wieder ein blödes Stückl also ein blödes Gelände zum da rumlaufen das ist aber auch doof dass ich voll vergessen habe wo die Gargoyles sind ok das haben wir überlebt aus irgendeinem komischen Grund oh je wow das ist auch noch irgendwie gegangen super wahrscheinlich bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen hm 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 scharf ok wir haben Feuervögel gefunden und keine Gargoyles hm ja 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 was erledigt guten 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 hm Ich möchte mich erinnern können, wo ich diese Bastarde gesehen habe. Ah, da! Schau, aber das ist gar nicht falsch gewesen. Alles gut, das war eigentlich nur Chani. Das wäre gut, wenn sie wiederkommen würde. Ich speichere da mal. Chani! Chani! Huhu! Ah, ich glaube, da kommt sie angestiefelt, oder? Hm, wohl auch nicht. War scheinbar eine optische Durchschung. Da ist sie! Hi Chani! Schau mal, da ist ein Gargoyle. Chani, du darfst. Alter, au! Der muss man weg. Wow! Der Sandteufel muss auch mal weg. Wow! Chani, du darfst. Und schießen. Jawohl! Supi! Dongahike, jawohl! Na? Jawohl, ich dachte schon, den kann man nicht mehr routen. Da vorne ist auch schon der Nächste. Wo ist denn der andere Sandteufel? Da? Hier? Ja. Da. So, du Bastard! Oh Gott, hier. Ja, bitte Chani, das würde mich sehr freuen. Oh, der Sandteufel. Oh, der Sandteufel. Wow. hoffentlich alle Gargoyles, wow, gesiegt haben. Charlie? Bitte, du darfst auch. Wow. Au. Ich denke mal, bin ich glücklich. Bill Grog. Danke fürs Heilen, meine Gute. Au. Wow. Aua. Au. So, weg mit dir. Gut war's dann. Jawohl, den haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch die Eier. Wir müssen irgendwann noch drei Eier brauchen insgesamt. Die müssen nicht irgendwo hier sein. Ah, hier. Eins, zwei, drei. Sehr gut, haben wir auch schon geschafft. Jetzt können wir eigentlich schon wieder abhauen. Ich persönlich würde aber gerne mich wieder abschauen und vielleicht noch das eine oder andere Monster besiegen. Aber ich überlege gerade, wir sind eigentlich ziemlich gut um die Insel rumgekommen. Wie schaut's denn da aus? Mit Ruhm und Ehre. Und der Party schwirrt zu Ende. 3000 haben wir wieder. Okay. Mann, Mann, Mann. 3000. Jo. Ich meine, wir können uns schon noch hier ein bisschen umschauen. Wird sich rendieren. Noch ein paar Viecher wegklatschen und dann können wir mit Eldrick schon wieder die nächste Küste, also die nächste Insel anfangen. Ansteuern. Ich glaube, so kann man das machen. Ihr Lieben, aber für heute ist Schluss. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.